Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GCLS-TV. Heute interviewen wir die Domino-Kati. Die kennt ihr bestimmt, die hat ziemlich viele Abonnenten auf YouTube und was ihr noch nicht über sie wisst, das erfahrt ihr jetzt. Wir interviewen heute die Domino-Kati und die ist uns jetzt gerade auch zugeschaltet. Hi! Hallo! Zunächst mal, wie bist du denn auf den Namen Domino-Kati gekommen? Das ist eine total lobe Geschichte. Ich habe den Kanal schon richtig lange erstellt und damals, 2011, fand ich das Lied von Jessie J. Domino so cool. Und dann habe ich das mit meinem Namen kombiniert, weil ich Musik gerne mag und dann kam das irgendwie mal raus. Aber zwei Jahre später ist das erste Video entstanden. Okay, und wie kamst du generell auf die Idee, mit YouTube anzufangen? Also ich habe mich halt schon sehr, sehr früh mit Videoschnitt interessiert. Also ich habe schon richtig viele Videos gemacht mit zwölf, also richtig peinliche. Und dann habe ich mich halt ziemlich intensiv mit Haaren beschäftigt, als ich in der 11. Klasse war ungefähr. Und dann habe ich so ein bisschen mein Wissen teilen wollen und so ist das Ganze entstanden, würde ich sagen. Und warum jetzt gerade Beauty, Fashion und Lifestyle Videos? Also ich würde mich jetzt mal nicht als Gamer bezeichnen vielleicht. Ähm, Comedy ist, manchmal mache ich auch Comedy, das muss ich dazu sagen, also manchmal mache ich auch lustige Videos. Ähm, aber einfach, manchmal bin ich halt so ein bisschen ein Mädchen und schmink mich gerne, einfach weil es Spaß macht. Ja, ich glaube, das ist so mein, einfach mein Interessenfeld, würde ich jetzt mal sagen. Und was sagen deine Freunde und deine Familie dazu? Ähm, also meine Freunde, die finden das richtig witzig, glaube ich, und eigentlich auch cool. Äh, diese helfen mir da auch ziemlich oft oder sind einfach mal in einem Video dabei, was eigentlich für uns so zusammen als Aktivität sehr witzig ist. Und meine Familie ist auch ziemlich stolz, glaube ich, auch wenn sie es nicht immer so rausposaunen, aber ich glaube, die freuen sich schon da sehr drüber. Gut, du machst ja jetzt schon länger YouTube, ähm, wie viele Videos hast du denn mittlerweile schon hochgeladen? Uff, also, also ich mache YouTube seit Februar 2013, da war ich in der Hälften Klasse. Und Videos, oh, ich habe gar nicht mal nachgeguckt, ich glaube, ich habe so 200 Videos oder so. Okay. Viele. Und wie sieht es denn mit Schule aus? Bekommst du das gut mit YouTube so unter einen Hut? Ich hatte damals, ähm, es einigermaßen gut unter einen Hut bekommen. Es ist natürlich schwierig, weil da sehr, sehr, sehr viel Zeit für drauf geht. Und ich habe einfach, meine Lösung eigentlich immer, wenig Schlaf zu haben, was immer noch heute die Lösung ist, was nicht so praktisch ist manchmal. Aber, ähm, ja, ich muss sagen, manchmal hat die Schule ein kleines bisschen drunter gelitten, aber ich habe dann immer noch die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Und, genau. Gut, jetzt gibt es ja viele Preise mittlerweile für YouTube. Gibt es da irgend so einen Besonderen, den du gerne mal hättest oder gerne überreicht bekommen würdest? Also, es gibt ja verschiedene Preise. Zum Beispiel gibt es den, äh, Play Award heißt der, glaube ich, von den Video Days. Das Witzige ist, dass ich dafür sogar nominiert war in der Beauty Fashion Lifestyle Kategorie. Bin da ab, aber leider nicht gewonnen. Also ich hatte, es waren drei Nominierte und ich wurde es leider nicht. Aber eine Auszeichnung, die ich sehr, sehr, sehr gerne natürlich mal hätte, wäre halt der goldene YouTube Award. Das, wenn ihr das, wisst ihr bestimmt, das ist dann für eine Million Abonnenten. Das wäre natürlich geil, wenn ich das irgendwann mal haben könnte. Ich habe schon den Silbernen für 100.000. Das wäre cool. Ja, wie sieht es denn mit anderen YouTubern aus, die auch in der Richtung wie du arbeiten? Siehst du die als Konkurrenten oder eher so als Freunden? Also ich glaube, dass, ähm, auf YouTube ist das alles ein Miteinander. Also ich mache zum Beispiel mit den ganzen anderen Beauty-Gurors öfters mal Cross-Promo-Videos. Also es ist immer so ein Hin und Her. Und es macht auch Spaß, das zusammenzufilmen. Ähm, Konkurrenz. Manchmal kommt so ein Denken ein bisschen auf, was ich persönlich schade finde. Weil wenn du zum Beispiel eine Person auf YouTube abonniert hast oder sie schaust gerne, dann heißt es ja nicht automatisch, dass du die andere Person nicht gucken kannst, sondern man kann ja beide Menschen gucken. Also, ja, ich finde, dass das Konkurrenzdenken auf YouTube, ähm, nicht so sinnvoll ist und YouTube auch ein bisschen unschöner gestaltet manchmal. Leider. Okay. Ja, jetzt durch YouTube bist du ja schon berühmt, kann man sagen. Ähm, du bekommst ja, hast ja viele Abonnenten. Kommst du auch vor, dass dich öfter mal Leute anschreiben? Also jetzt im Prinzip Jungs, die mit dir zusammen sein wollen? Ähm, also man kriegt schon die ein oder andere komische Mail. Vielleicht, aber, ähm, nicht häufig. Gott sei Dank nicht. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach das Besondere, auf unserer Schule hier gewesen zu sein? Ähm, okay, wo fange ich an? Ähm, also zum einen finde ich, äh, und die Lage unserer Schule richtig, richtig gut und besonders. Ich muss ja sagen, ich war von der fünften Klasse an auf der Schule bis zum 13., also von Anfang bis Ende. Also ich finde unsere Lage richtig, richtig cool, einfach weil wir so ein bisschen in der Natur sind und so. Also ich hab zum Beispiel in Oberstufe, haben uns immer irgendein Essen geholt und haben uns dann zu den Schrebergärten gesessen und danach wieder in der siebten Stunde in die, äh, in die Schule. Also ich finde allein die Lage richtig cool, dass man rausguckt, man hat da Bäume und Gras und eine Katze, die immer die Leute im Unterricht besucht, falls es die Katze noch gibt. Ähm, ansonsten denke ich, dass es auf der Schule ziemlich viele, ziemlich viele Lehrer gibt, die sich halt ernsthaft für einen interessieren oder mit denen man auch gerne mal nach dem Unterricht halt ein bisschen länger reden kann. Ähm, was ich persönlich, ähm, schätzen gelernt habe, muss ich sagen, dass halt keiner mit dem einen oder anderen hat mir dann in der Oberstufe einen Kaffee getrunken. Was einfach, ja, ist einfach cool. Und genau, es war schon cool. Und was wünschst du dir denn für die Zukunft oder was würdest du gerne noch erreichen in der Karriere? Ähm, also erreichen würde ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht mal in, keine Ahnung, wenn ich zurück bin, wieder aus den USA, also generell aus Amerika, ähm, dass ich dann mal vielleicht eine eigene Beauty-Reihe habe oder eine eigene Fashion-Linie oder sowas. Äh, das ist nicht ganz so abwegig wahrscheinlich. Also das wäre schon cool, wenn irgendwie so in die Richtung mal irgendwas entsteht. Genau, das wäre so, was ich irgendwann mal machen will, irgendwas Eigenes auf die Beine stellen. Das wäre cool. Dann wünsche ich mir dir noch viel Erfolg für die Zukunft und hoffen, dass du dein Ziel erreichst. Und viel Spaß noch in den USA. Werde ich haben. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Befüllen in der Schule. Dankeschön. So, das war's von diesem Video. Die Karte brauche ich jetzt auch nicht mehr. Hier kommt ihr noch zu den letzten Videos. Hier unten könnt ihr noch abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.